So, hallo zusammen. Wir sind wieder zusammengekommen zur dritten Folge unserer Reihe der Lieblingstools. Ihr seht Carsten und Nikolas und ich bin Jan Kramer, wir haben uns alles schon vorgestellt. Ich glaube, das brauchen wir nicht nochmal machen. Wir haben uns heute vorgenommen, eine Videoschnittsoftware zu besprechen, Camtasia. Ich bin selbst sehr gespannt, weil ich sie noch nicht kenne. Aber Nikolas und Carsten haben viel damit gearbeitet und ich glaube, Nikolas hat sich was überlegt, was er uns heute zeigen möchte und legt jetzt los. Ja, herzlichen Dank, Jan. Ja, vielleicht können wir einfach anfangen, indem wir mal kurz über Camtasia oder Camtasia, ich glaube, beide Sprechweisen sind gültig und werden genutzt, sprechen. Was ist das eigentlich? Also ich nutze es in meiner Lehre hauptsächlich für das Erstellen von Videos, die ich eben im Studieren bereitstelle. Also mit Tools wie Zoom und so weiter kann man natürlich wunderbar die Veranstaltung selber aufzeichnen. Aber ich nutze dann Camtasia ganz gerne, um offline, also außerhalb der Veranstaltung, Videos aufzubereiten, die ich dann im stillen Kämmerlein aufzeichne. Und da ist eine Stärke aus meiner Sicht von Camtasia, dass man da halt sehr gut Screen Recordings machen kann. Also gerade bei mir im Bereich Wirtschaftsinformatik ist es so, dass ich viel mit den Studierenden am Computer mache und dann natürlich entsprechend auch Tools nutze. Und für sowas kann man wunderbar so kleine Erklärvideos oder Lernvideos erstellen. Auch im Bereich Programmieren geht das wunderbar. Vorteil ist natürlich, die Studien können sich das dann anschauen, wann sie wollen. Und sozusagen sind nicht auf die Online-Live-Veranstaltung angewiesen. Wie gesagt, der Vorteil aus meiner Sicht bei Camtasia ist, dass man da wunderbar Screen Recordings machen kann. Man kann das aber auch mischen mit dem eigenen Bild, sodass man sich als kleines Bild dann immer noch unten rechts oder oben links oder auch mal ganz vollbildmäßig platzieren kann, sodass das noch einen persönlichen Touch hat. Und man hat halt wunderbare Funktionen aus meiner Sicht nachher, das dann auch relativ einfach zu schneiden. Und das ist, glaube ich, so der große Vorteil. Ich habe jetzt einen Kollegen, der ist gestartet mit Adobe Premiere, hat versucht, sich da reinzuarbeiten, hat dann aber aufgegeben, weil das einfach viel zu umfangreich ist. Das ist ja so dieses professionelle Schnitt-Tool, würde ich jetzt mal sagen. Camtasia hat da jetzt seit einer Woche im Einsatz und hat gesagt, fühlt sich an wie super einfach. Er kann innerhalb von kürzester Zeit Videos schneiden. Und ich glaube, das ist auch so der Selling Point bei Camtasia, dass eigentlich jeder Dozent, jede Dozentin die Möglichkeit hat, damit auch wirklich Videos zu erstellen und auch relativ gut und professionell zu erstellen und zu schneiden. Ich weiß nicht, Carsten, stimmst du mir da zu? Du hast es ja auch schon... Also ich habe ja auch alles Mögliche probiert. Ich habe auch früher mit Final Cut, dann mit Premiere geschnitten. Und ich glaube schon, das ist wichtig, dass man schnell ein Ergebnis produziert. Also man kann generell noch darüber reden, kann vielleicht später nochmal darauf zu sprechen kommen, ob ich das wirklich zu Hause am Schreibtisch mache. Ich persönlich favorisiere immer die Aufzeichnenden in der Live-Veranstaltung. Aber wenn ich es zu Hause mache, dann reichen aus meiner Sicht diese Schnittmöglichkeiten in Camtasia völlig aus. Also aber ohne geht es auch nicht aus meiner Sicht, weil da gibt es ja ein anderes Produkt noch von... Ich weiß nicht, wenn wir nochmal Tech-Fest, ne? Genau. Dieses Snack-It, wo ich glaube ich kein oder kaum Schnittmöglichkeiten habe. Und das braucht man schon. Also es läuft nicht immer perfekt. Also das brauche ich schon. Und dafür ist es aus meiner Sicht echt gut geeignet. Ja, und das wollen wir uns auch gleich mal anschauen. Da können wir mal ein Beispiel machen, wie man sowas machen kann, wie einfach das auch ist. Ja, ich denke, vielleicht kann man auch dazu sagen, Camtasia ist mittlerweile über die Hochschule, über das E-Learning-Center auch als Campus-Lizenz verfügbar. Also es kann wirklich jeder nutzen. Es muss nicht mehr selbst beschafft werden. Das war ja auch für manche vielleicht eine Hürde. Aber jetzt kann man wirklich einfach, wenn man da Lust drauf hat, loslegen und sich dann beim E-Learning-Center einfach melden. Dann bekommt man eine Lizenz und ich kann es einfach nur jedem empfehlen. Jeder, der sich mal damit beschäftigen möchte und auch vielleicht jetzt im virtuellen kommenden Semester ein paar asynchrone Inhalte auch bereitstellen kann. Wo letztlich das Material herkommt, Carsten, da stimme ich dir auch zu. Das geht auch für Live-Veranstaltungen nachher der Schnitt. Wir machen es jetzt mal gleich als Beispiel. Wir wollen ein kleines Lehrvideo erstellen, ein kleines Tutorial. Ich nutze in einer meiner Veranstaltungen ein Visualisierungstool für Daten. Das nennt sich Tableau. Da ist es so, dass die Studierenden da enorm von profitieren, wenn sie so ein kleines Video haben. Da gibt es natürlich auch viel online. Aber wir machen jetzt einfach so dieses Szenario. Wir wollen jetzt mal ein Screen-Recording machen, in dem wir Tableau aufrufen und einen kleinen Datensatz nutzen, um eine kleine Visualisierung zu erstellen. Das wird vielleicht so ein, zwei Minuten dauern. Und dann wollen wir mal zeigen, wie man das mit Camtasia relativ schnell auch aufnehmen, schneiden und dann auch produzieren. Sprich, in ein publizierbares Format bringen kann, also in einen MP4-File. Genau. Ja, ich habe ja meinen Bildschirm geteilt. Also ich zeichne auf, ich würde jetzt meinen Bildschirm teilen. Da muss ich wahrscheinlich am besten den ganzen Bildschirm, damit man auch, wenn ich zwischen den Tools springe, alles sieht. Das würde ich jetzt einfach mal machen. Und ich springe jetzt. Ich hoffe, ihr seht alle meinen Bildschirm. Ja. Ich bin jetzt in Camtasia schon drin. Ich habe das also schon geöffnet. Das ist der Startbildschirm, den man bekommt, wenn man ein neues Projekt anlegt. Und ja, wir können ja vielleicht mal ganz kurz drüber gehen, was man hier so alles an verschiedenen Bereichen sieht. Das ist eigentlich ganz aufgeräumt, wie ich finde. Also man sieht hier auf der linken Seite eigentlich das Wichtigste. Das sind nämlich die sämtliche Funktionen und Möglichkeiten, die man hat, eben in das Video irgendwelche Dinge einzubringen, wie zum Beispiel Übergänge oder Annotationen, so kleine Sprechblasen, die man ein- und ausblenden kann, Animationen und dergleichen. Also da kann man hier mal durchklicken. Wenn man da draufklickt, kommt man jeweils hier in der Ansicht daneben die Details und kann dann zum Beispiel hier so einen einfachen Callout machen mit einer Sprechblase und das zieht man sich dann einfach da rein. Also hier findet man eigentlich alles, was man braucht. Und das Wichtigste ist eigentlich Media, weil das sind die Medien, die ich in meinem Video oder in meiner Produktion nutzen kann und nutze. Und ich kann hier bestehende Dinge importieren. Also zum Beispiel, wenn ich schon eine Videodatei habe, die ich in meinem Video auch verwenden möchte, kann ich die hier importieren. Ich kann aber auch über diesen Record-Button eine neue Aufnahme starten. Und das ist das, was wir auch gleich machen werden. Also in der Regel wollen wir ein neues Video produzieren. Wir haben noch keine Inhalte und würden dann hier ein Screen-Recording starten mit der Möglichkeit, die Kamera da rein zu mischen. Und ich könnte hier aber auch Audiodateien, also Jingles oder irgendwelche Aufnahmen, die ich gemacht habe, also Bilder, PowerPoint-Folien, alles kann ich mir hier in diese Media-Bibliothek reinladen. Dann habe ich das hier in der Liste und kann das dann nachher per Drag-and-Drop einfach in mein Video ziehen. Und da kommen wir gleich zu, wie das funktioniert. Das sieht man hier unten. Das gibt verschiedene Spuren, wie man das vielleicht auch aus anderen Tools kennt. Man kann hier mehrere Tracks oder mehrere Spuren anlegen. Und eine Spur ist einfach Platzhalter für ein Medium, was irgendwo in dem Video auftauchen soll. Also zum Beispiel eine Tonspur. Ich kann mehrere Videospuren haben, die sich überlagern. Im einfachsten Fall habe ich nur eine, nämlich meine Aufzeichnung. Genau. Würden wir auch gleich alles nochmal zeigen. Hier in der Mitte sehen wir immer die Vorschau. Im Moment ist mein Video leer. Da ist noch nichts. Schwarzer Bildschirm. Und ansonsten gibt es hier auf der rechten Seite in diesem Bereich oft die Möglichkeit, Einstellungen vorzunehmen. Also so Properties zu setzen. Das sehen wir dann gleich, wenn wir im Bearbeitungsberuf sind. Ja, das war es eigentlich schon. Wir wollen jetzt einmal kurz starten, ein Video aufzunehmen. Das ist wirklich extrem einfach. Ich klicke hier oben auf diesen Record-Button. Ich kann auch einen Shortcut, Control-A nutzen, aber ich nehme immer diesen Record-Button, klicke da rauf und dann sieht man schon, dass sich Camtasia minimiert. Und man bekommt hier unten so ein kleines neues Fenster. Ich hoffe, man sieht das jetzt auch in Zoom. Das kann man auch rumziehen. Das ist sozusagen jetzt die Möglichkeit nochmal einzustellen, was will ich denn überhaupt aufzeichnen. Ich ziehe das mal in die Mitte. Und man sieht hier, dass ich die Kamera einstellen kann. Also ich kann jetzt sagen, welche Kamera er, also welche Webcam er aufzeichnen soll. Das Problem ist, wenn ich die aufzeichne, müsste ich in Zoom meine Kamera kurz ausschalten. Das kann ich aber auch machen. Das würde ich jetzt auch machen, damit ich hier die Möglichkeit bekomme, das zu tun. Und dann kann ich, glaube ich, auch hier die Kamera anzeigen. So, und jetzt sieht man hier mein kleines Vorschaubild. Problem bei Windows ist immer, wenn ich zwei Applikationen habe, die auf die gleiche Kamera zugreifen, das gibt oft einen Konflikt. Ich habe gehört, bei Mac ist das nicht so. Bei Windows ist es so. Also deswegen immer, wenn es nicht funktioniert, dann ist irgendwo noch eine andere Kamera am Laufen. Und hier eben in Zoom habe ich die kurz ausgeschaltet. Jetzt kann ich die also hier verwenden. Und das bedeutet, er würde die auch mit aufzeichnen. Und ich habe dann nachher, wie wir eben gesehen haben, einen eigenen Track praktisch für die Kamera. Die kann ich dann klein oder groß machen. Das kann ich dann nachher noch bestimmen, wie das im Video erscheinen soll. Aber erstmal wird sie mit aufgezeichnet. Dann habe ich noch die Möglichkeit, das Mikrofon zu wählen. Ich habe hier meinen Rodecaster angeschlossen, über das dieses Mikro auch läuft. Deswegen wähle ich den jetzt mal aus, sodass ich auch das richtige Mikro habe. Und dann kann ich hier nochmal das Level überprüfen. Ich kann das gegebenenfalls etwas sensibler oder weniger sensibel schalten. Und ich kann auch sagen, dass ich System Audio mit aufnehmen möchte oder nicht. Also wenn ich zum Beispiel ein YouTube-Video abspiele, während ich aufzeichne, um den Ton mit zu übernehmen, müsste ich dieses System Audio auch aufzeichnen. Brauche ich jetzt eigentlich nicht. Deswegen schalte ich das mal aus. Und dann ganz wichtig, was will ich überhaupt aufnehmen? Das ist hier links, Recording Area. Jetzt würde er den ganzen Bildschirm aufzeichnen. Ich kann aber auch nur Ausschnitte oder bestimmte Applikationen aufzeichnen. Also ich könnte sagen, Log to Application. Und dann könnte ich sagen, die jetzt aktuell offen ist, das ist Tableau. Er soll nur Tableau aufzeichnen. Also wenn ich dann wechsle zwischen Applikationen, zeichnet Camtasia weiterhin nur Tableau auf. Ich kann also zwischendurch mal die Mails aufrufen und dann wieder zurückkehren. Und er hätte dann die Mails nicht aufgezeichnet. Was ich an dieser Stelle ganz schön finde, wenn man beispielsweise so einen Tablet-Rechner angeschlossen hat, wie ich das hier beispielsweise mit meinem iPad habe, dann kann ich auch das aufnehmen. Ich mache meine Präsentation gerne auf dem iPad, weil ich dann immer so einen schönen Cursor habe. Ich kann da mit einem Stift reinschreiben. Also das kann ich dann auch auf dem Rechner mit Camtasia aufzeichnen. Dann sozusagen ein zweites Gerät, was ich angeschlossen habe. Okay, das habe ich noch nie gemacht. Wie schließt du das dann an? Also hast du einen Mac-Rechner auch? Genau, ich habe einen Mac-Rechner und dann ganz normal mit dem Lightning-Anschluss, also USB, dann das iPad angeschlossen. Da habe ich halt dieses iPad Pro mit dem Stift und kann dann halt auch in die Folien quasi, die ich dann da zeige, reinschreiben. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ja, das klingt gut. Folien aufzeichnen ist sicherlich auch einer der Anwendungsfälle, die die meisten auch häufig machen werden. Das kann man natürlich auch wunderbar mit Camtasia. Also es gibt auch ein PowerPoint-Plugin, sodass ich direkt aus PowerPoint heraus die Aufzeichnung starten kann und das ist dann in Camtasia direkt als Video erscheint. Ich kann aber auch einfach PowerPoint im Präsentationsmodus gehen und dann eben so wie jetzt einfach den aufzeichnen. Das geht genauso gut aus meiner Sicht. Also mit PowerPoint arbeitet auch Camtasia sehr gut zusammen, aber auch mit Google Slides geht das. Und mit allen anderen Möglichkeiten zu präsentieren eben auch, weil ich letztlich ja den Bildschirm aufzeichne und gleichzeitig den Ton dazu eben habe. Genau, ich würde das jetzt einfach auch mal auf Screen lassen. Also ich lasse einfach mal ein Bildschirm, weil ich werde diese Applikation hier im Vordergrund lassen. Ich könnte hier unten noch auch mit Track & Drop, dass meine Leiste hier unten nicht mit drin ist, das mache ich einfach mal. Meine Windows-Leiste muss nicht unbedingt mit aufgezeichnet werden. Dann hätte ich jetzt eigentlich hier alles eingestellt, so wie ich es haben will. Und wir würden jetzt einfach mal so ein Szenario simulieren, dass wir jetzt einfach so eine kleine Visualisierung mit Tableau erstellen, einfach damit wir ein, zwei Minuten Videomaterial haben, ein bisschen draufgesprochen und dann produzieren wir das nachher zu einem fertigen Video. Ja, bleibt uns dann nur noch der Record-Button. Den müssen wir natürlich am Ende dann klicken und dann wird gleich so ein Countdown kommen. Der zählt von drei runter und dann steht da auch mit F10, kann man dann jederzeit die Aufzeichnung beenden. Und ja, das ist eigentlich schon alles, was man wissen muss. Und dann dazwischen kann man einfach sein Video produzieren, aufnehmen. Ich persönlich mache das oft gerne mittlerweile so, dass ich einfach drauf los, also ich mache mir kein Skript oder so im Vordergrund. Ich weiß, dass Kolleginnen und Kollegen das gerne machen. Ich habe das früher auch gemacht. Mir ist das mittlerweile einfach zu zeitaufwendig. Ich mache mir kurz Gedanken, was will ich zeigen. Ich mache oft mal so einen Dry Run, also ich teste es einmal ohne Skript einfach mal durch, dass alles funktioniert. Und dann mache ich einfach drauf los. Das ist einfach, ja, ansonsten noch zeitintensiver, würde ich mal sagen. Das ist genau das, was ich eben sagte. Darum mache ich das auch lieber in der Vorlesung, weil für die Vorlesung habe ich auch kein Skript. Und wenn ich dann zu Hause an so einem geskripteten Text hänge und dann feststelle, oh, jetzt hast du dich irgendwie vertan, versprochen, dann komme ich immer ins Haar dann mit meiner Aufzeichnung. Dann mache ich das gerne live, auch ungeskriptet und genau, einfach drauf los erklären und dann produzieren. Ja, ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Ich habe das mittlerweile so, wenn es wirklich mal ganz schief läuft und ich habe schon 20 Minuten oder 10 Minuten aufgezeichnet, möchte das nicht nochmal machen, dann merke ich mir einfach, okay, an der an der Stelle, dann fange ich an der Stelle nochmal neu an und schneide das nachher raus. Das ist ja das Schöne, das kann man dann nachher ganz gut machen. Aber insgesamt habe ich mich eher für den pragmatischen Weg entschieden und auch für das, was wir jetzt machen, gibt es kein Skript. Ich weiß gar nicht, was ich mache. Ich versuche einfach mal eine Visualisierung mit Tableau zu erstellen und einfach damit wir irgendwas aufzeichnen. Also ich klicke jetzt mal auf den Record-Button und jetzt sieht man, es kommt hier direkt die Info. Also F10 beendet das Recording, in 3, 2, 1 geht es los. Und ja, jetzt sind wir also im Aufzeichnungsmodus. Man sieht hier unten in meiner Leiste noch, dass er aufzeichnet. Ich kann auch jederzeit wieder dieses kleine Fenster aufrufen und auch das Recording anhalten darüber. Aber ich nutze dann immer den Shortcut F10, weil es einfach einfacher ist und ich muss am Ende nichts rausschneiden. Wenn ich jetzt dieses kleine Fenster wieder öffne, dann müsste ich das wahrscheinlich wieder rausschneiden. Ja und dann fangen wir einfach mal an. Also ich würde jetzt diesen Teil, den ich jetzt einleitend gesagt habe, gleich einfach mit Camtasia rausschneiden und würde jetzt beginnen und fange jetzt einfach mal an, ein simuliertes Video zu machen. Ja, herzlich willkommen zu einer kleinen Einführung in das Tool Tableau. Wir wollen heute anhand eines öffentlich bereitgestellten Datensatzes zu den Covid-19-Infektionszahlen weltweit lernen, wie wir eine kleine Visualisierung des Infektionsverlaufs für Deutschland erstellen können mit Tableau und wollen dabei sehen, wie einfach es ist, ein Diagramm zu erstellen. Ich habe hier die Datenquelle geladen. Das haben wir in einem anderen Video ja schon gesehen, wie das funktioniert. Und ich würde jetzt direkt in Sheet 1 klicken, wo ich dann die Möglichkeit habe, eine Visualisierung zu erstellen. Auf der linken Seite sehen wir die verschiedenen Felder, die in meinem Datensatz vorhanden sind oder die in diesem bereitgestellten Datensatz vorhanden sind. Und unter anderem haben wir hier ein Datumsfeld. Und ich habe hier in der Mitte eben die Möglichkeit, Spalten und Zeilen zu befüllen mit Informationen. Und wenn ich zum Beispiel das Datumsfeld einfach mal in die Spalten ziehe, dann bekomme ich hier oben schon eine Anzeige der Aggregation auf die Ebene des Jahres und könnte jetzt sagen, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte tagesgenau den Verlauf sehen. Dann gehe ich hier unten auf Day, unterscheide also zwischen den Tagen eines Jahres. Wenn ich das hier nehmen würde, würde er also einfach für alle Tage über mehrere Jahre aggregieren. Ich nehme also das hier und schon bekomme ich die X-Achse, so wie ich sie haben möchte, kann die dann nachher noch ein bisschen genauer formatieren. Jetzt fehlen mir noch die Informationen, die ich über den Verlauf zeigen möchte. Und das sind die, nehmen wir einfach mal hier unten, die New Cases. Die ziehe ich mir jetzt einfach in die Rows. Und Tableau rät schon immer ganz gut, was für eine Visualierungsform man denn wählen möchte oder was sinnvoll ist und zeigt mir hier so ein schönes Liniendiagramm. Ich habe jetzt hier noch das Problem, dass das nicht die Deutschlanddaten sind, sondern das ist jetzt weltweit. Ich müsste also noch über die Location einen Filter setzen. Den ziehe ich mir dann hier in die Filter rein. und dann kann ich hier auswählen, dass ich zum Beispiel nur die Zahlen für Germany haben möchte. Klicke auf Apply und schon habe ich eine Visualisierung, die man auch häufiger in den Medien sieht, nämlich der täglich neuen Zahlen. Und ja, man erkennt, dass wir hier einen Peak im April hatten. Wie jeder weiß, wir dann deutlich runtergegangen sind und mittlerweile etwas stärkere Streuung wieder vorhanden ist und auch ein Trend nach oben erkennbar ist. Und ja, das kann man wunderbar und schnell mit Tableau visualisieren, mit ein paar Klicks. Man kann jetzt natürlich noch weiterhin die Grafik verfeinern, also zum Beispiel die Achsenbeschriftung entsprechend wählen und Formatierung und Farben einstellen. Man kann hier unten auch einen Titel vergeben, zum Beispiel Verlauf der Neuinfektionen in Deutschland. Schreibe ich hier mal rein. Man sieht dann, es wird automatisch als Titel der Grafik auch hier oben verwendet. Das kann man auch ändern, aber das wird standardmäßig erstmal so übernommen. Ja, und ich hoffe, dass euch das schon weiterhilft, um einen Einstieg in Tableau zu bekommen. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, wie man fortgeschrittene Visualisierung, zum Beispiel Kartendarstellung machen kann. Bis dahin. Genau, und an der Stelle würde ich jetzt das Video beenden. Das ist wieder etwas, was ich nachher wegschneide und drücke jetzt auf F10. Und F10 führt dann eben dazu, dass er automatisch zurück in Camtasia springt. Also er zeigt mir jetzt hier unten, dass irgendwas in Camtasia passiert ist. Das Video, was ich jetzt gerade aufgezeichnet habe, ist jetzt hier verfügbar und die Aufzeichnung ist beendet. Ich klicke jetzt in Camtasia und sehe jetzt in meiner Media Library hier eine Aufzeichnung mit dem Zeitstempel von heute. Und das ist genau die Aufnahme, die wir gerade aufgenommen haben. Und hier unten sehen wir auch schon, standardmäßig wird das direkt in meine Timeline hinzugefügt. Also ich sehe jetzt hier, das waren also 3 Minuten 45. Da enden die beiden Streams. Und ich sehe, das eine ist die Screen Capture und das andere ist die Kamera. Also wie ich eben schon angedeutet habe, wenn ich die Kamera aufzeichne, bekomme ich beide als separate Streams. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch die Kamera, halt jetzt mache ich beides gerade, wenn ich nur die Kamera anwähle, kann ich die auch woanders hinziehen, ich kann die vergrößern und könnte die dann auch mitten im Video rein-zoomen, raus-zoomen. Das kann ich dann machen, wenn ich einen Aufwand betreiben möchte. Aber ich würde es jetzt einfach standardmäßig hier unten rechts in die Ecke packen und den Stream genauso lassen, wie er eigentlich ist. Das ist im Standard schon hervorragend gelöst aus meiner Sicht. Ja, was wir jetzt dann mal machen können, ist, wir können mal die Vorschau laufen lassen. Ich glaube, ich habe Audio in Zoom auch mit übertragen, hoffe ich zumindest. Ihr könnt mir jetzt mal sagen, ob man das hört. Ich starte mal mein Video hier wieder. Ich klicke jetzt mal auf Play. Zwei eins geht es los und jetzt sind wir also im Aufzeichnungsmodus. Ja, kommt rüber. Also das ist die Vorschau-Ansicht. Da kann ich mir jetzt erstmal angucken, was habe ich denn da aufgezeichnet. Man sieht hier unten, es sieht ganz gut aus. Ich kann hier zu jeder beliebigen Stelle springen und sehe dann auch, es ist wirklich sehr schnell mittlerweile. Das war mal vor ein paar Versionen noch so, dass es wirklich teilweise auch geruckelt hat. Überhaupt nicht mehr. Das ist wirklich sehr, sehr zügig, dieser Vorschau-Modus. Er eignet sich auch wirklich gut zu schneiden. Ich kann hier rein- und rauszoomen, was auch ganz wichtig ist. Wenn ich zum Beispiel wirklich meinen Versprecher rausschneiden möchte, dann kann ich hier genau den Verlauf meines gesprochenen Wortes sehen. Also hier habe ich nichts gesagt. Ich könnte also sagen, ich will genau den Teil rausschneiden. Und indem ich da ganz weit reinzoome, kann ich das auch sehr detailliert machen. Ich kann aber auch auf der anderen Seite, wenn ich ein einstundenlanges Video habe, auch sehr weit rauszoomen, sodass ich dann den Bird's Eye View, also diesen größeren Überblick bekomme. Ich lasse es jetzt mal so, dass ich alles sehe. Und wir hatten ja gesagt, wir wollen den Anfang einmal rausschneiden. Und da habe ich ein guter Tipp vielleicht, haben wir jetzt nicht gemacht. Wenn ich wirklich mit dem Video beginne, ist es eine gute Idee, einmal zu klatschen. Und das sieht man hervorragend dann in diesem Verlauf. Also so ein Klatscher, der macht einen ganz, ganz, ganz starken Ausschlag in der Audiospur. Und ich kann dann sozusagen ganz schnell einfach meinen Cursor dahin bewegen. Und ich vermute mal, dass entweder hier oder hier ich mit dem Video begonnen habe, immer wenn ich vorher eine kurze Pause gemacht habe. Ich schaue mal eben, was hier ist. Ja, und dann fangen wir einfach mal an. Also ich würde jetzt, das ist es nicht. Dann ist es das. Ja, herzlich willkommen. Genau, und ich will jetzt eigentlich genau kurz davor, ich zoome jetzt mal ein bisschen rein, damit wir das ein bisschen genauer machen können. Kurz davor will ich eigentlich jetzt schneiden. Und ich bewege einfach diesen Cursor dahin. Wenn ich alle Spuren schneiden möchte, klicke ich einfach rechts hier drauf. Split all. Im Deutschen, wenn man die deutsche Version hat, dann heißt das wahrscheinlich alles schneiden oder so. Oder teilen. Und das mache ich einfach. Und jetzt sieht man schon, er hat hier einen Cut gemacht. Also ich sehe jetzt hier so einen kleinen Schnitt. Das sind zwei getrennte Videos. Und wenn ich die beide anwähle, kann ich die jetzt auch getrennt voneinander verschieben. Das ist also an der Stelle wirklich durchgeschnitten. Und es gibt einen kleinen Trick, wenn ich einfach das jetzt davor weg haben möchte und alles, was dahinter kommt, an den Anfang rücken möchte, drücke ich Steuerung, Entfernen. Und jetzt ist der Teil einfach rausgeschnitten und alles ist praktisch nach vorne gerückt worden. Und jetzt beginnt mein Video genau da. Wo es beginnen soll. Ja, herzlich willkommen zu einer kleinen Einführung. Und der erste Schnitt ist gelungen. Und jetzt gehen wir einmal ans Ende des Videos. Falls wir jetzt mittendrin noch was schneiden wollen, würden wir das genauso machen. Aber am Ende weiß ich, da will ich was schneiden. An der Stelle würde ich jetzt das Video beenden. Genau, das ist genau der Punkt. Das würde ich auch noch rausschneiden. Das war dann wahrscheinlich hier an der Stelle. Wir schauen uns dann an, wie man fortgeschrittene Visualisierung, zum Beispiel Kartendarstellung machen kann. Bis dahin. Normalerweise sage ich da noch irgendwas, aber das ist jetzt unser Punkt, wo ich das rausschneiden würde. Vielleicht lasse ich noch eine Sekunde weiterlaufen. Dann kann ich noch ein Ausblenden machen. Mache wieder Split All. Selektiere die beiden und diesmal einfach entfernen und dann ist es weg. Ja, und das wäre jetzt im einfachsten Fall schon alles, was notwendig ist. Ich kann jetzt, wenn ich möchte, hier noch, hatte ich eben gesagt, das können wir vielleicht auch mal zeigen, an beliebiger Stelle Annotationen hinzufügen. Das ist wirklich einfach Drag & Drop. Wird als neue Spur gezeigt. Ich kann bestimmen, wie lang soll diese sichtbar sein, indem ich die einfach ziehe. Und ich kann den Text einfach mit Doppelklick editieren. Ich kann dann hier oben rechts in dem Fenster, was ich eben schon mal angedeutet hatte, in dem Properties-Fenster, diese Dinger formatieren. Also die Farbe. Ich kenne dann hier zum Beispiel, ich will hier vielleicht eher ein Hochschulblau. Nämlich unsere Hochschulfarbe. Und dann haben wir das in blau, kann dann das Ding hier da hinziehen und sagen, das bin ich. Das ist jetzt nur ein Test, aber so kann man halt relativ einfach Annotationen da reinbringen. Und wenn ich jetzt hier die Vorschau angucke, dann sieht man Informationen. Und wenn ich zum Beispiel das an der Stelle eingeblendet werde, einfach mal in die Spalten ziehe, dann bekomme ich hier oben schon eine Anzeige der Aggregation auf die Ebene des Jahres. Und dann ist mir das ein bisschen zu lang. Ich will das nur ganz kurz sagen. Und könnte jetzt sagen, das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte und dann ist es wieder weg. Und ich habe dann auch noch so tolle Möglichkeiten wie ein- und ausblenden, dass es so langsam eingeblendet wird. Das finde ich dann unter Behaviors. Ich kann das reinfliegen lassen. Ich kann das mit ganz vielen verschiedenen Effekten ein- und ausblenden lassen. Das sind alles so Spielereien, die machen Spaß. Kann man auch viel Zeit verbringen. Aber ich nutze immer einfach, wenn überhaupt, dann dieses Schwarz ein- und ausblenden. Das kann man dann zum Beispiel auch mal am Ende demonstrieren, wenn man jetzt hier sagt, zum Schluss will ich eigentlich so einen schwarzen Ausblende-Effekt haben. Dann ziehe ich das mal ans Ende. Gehe dann wieder da hin und gucke mir das einmal an. Und dann sehen wir, dass man das machen kann. Bis dahin, dass das so ausgeblendet wird. Und wenn ich das jetzt nicht willkommen zu länger haben möchte, kann ich das auch einfach ziehen. Also wenn ich den Effekt, diesen Ausblende-Effekt hier über mehrere Sekunden zum Beispiel haben möchte, dann ziehe ich mir den einfach ein bisschen länger. Und ich hoffe, dass das schon etwas führt, um ein ausblenden Tablet zu bekommen. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, wie man fortgeschrittene Visualisierung zum Beispiel Kahn-Darstellung machen kann. Da muss man entsprechend auch ein bisschen Platz lassen am Ende. Ansonsten blendet man eben sich aus, während man noch spricht. Das finde ich immer nicht ganz so gut. Aber deswegen lasse ich eigentlich auch immer so ein bisschen Pause am Ende des Videos, dass man da die Möglichkeit hat, so ein Ausblenden zu machen, wenn man das überhaupt will. Ja. Das war jetzt mal so ein ganz schneller Durchlauf. Ja, ja. Wo Camtasia aus meiner Sicht ein bisschen dünn ist, ist im Bereich der Audioeffekte. Und das ist etwas, was man glaube ich schon als Empfehlung mitgeben kann, dass man echt dafür sorgt, dass man eigentlich eine ganz gute Audi-Umgebung hat. Also beispielsweise bei mir ist jetzt nebenan jemand mit einer Motorsäge oder einer Heckenschere am Hecke schneiden. Das kriege ich hinterher nicht mehr raus. Und also da muss man echt gucken. Oder wenn ich irgendwie ein Rauschen drin habe, das ist halt irgendwie schwierig. Was man gut erkennt, weil ich tendiere ja gerne zu ES und Ös in so einem Video, das erkennt man auch anhand der Kurve. Das kann man rein optisch schon erkennen. Da kann man relativ schnell die Sachen auch rausschneiden, wenn es einen stört. Aber das ist, glaube ich, schon maßgeblich, dass man irgendwie auf gute Audioqualität achtet und sich dann auch echt eine ruhige Umgebung sucht. Weil das ist für mich ganz essentiell bei Video. Ja, ich stimme dir zu. Ich bin auch da. Aber ich bin auch der Meinung, dass man da möglichst wenig nachher mit Software machen sollte, sondern möglichst vorher schon eben die Vorkehrungen trifft. Und ja, wenn eine Kettensäge draußen ist, dann kann man nicht viel machen. Das ist dann einfach Pech. Oder wenn ein Kind ins Zimmer läuft, das hatte ich auch schon, dann ist es auch ärgerlich. Kurz auf Pause drücken geht dann ja auch. Aber man hat also ganz, ja, Basic-Effekte hat man. Also man kann Ton ein- und ausblenden. Das ist manchmal auch ganz schön, wenn man so Hintergrundmusik hat zum Beispiel. Wenn man so richtig fortgeschrittene Videos macht, dann machen die häufig so schön Klaviermusik oder sowas. Dann kann man die ein- und ausblenden. Aber man kann auch Noise-Removal, also wenn man so ein ganz blödes Rauschen im Mikro hat und man merkt das erst nachher, das kriegt man damit so ein bisschen weg. Aber ich habe damit auch noch keine richtig guten Erfahrungen gemacht. Dass es geht. Und es gibt auch diese Compression. Ich weiß gar nicht, wenn man die hier draufzieht, dann levelt er mir den Ton, dass diese Spikes weg sind. Ich weiß nicht. Ich kenne mich da jetzt gar nicht so gut aus. Ist das gut oder nicht so gut? Ich finde es tatsächlich manchmal auch schöner, wenn die Dynamik beim Sprechen erhalten bleibt im Video. Ja, minimal ist es immer ganz gut. Da kommt es aber auf den Level an. Also das trägt schon zur Sprachverständlichkeit bei, wenn man ein bisschen komprimiert. Aber so wie es jetzt da optisch aussieht, ist es sehr, sehr stark komprimiert. Da müsste man jetzt wieder genau in die Einstellung gucken. Und meistens gibt es so eine Ratio oder so. Die ist jetzt bei 10. Das ist auf jeden Fall zu viel. Da würde ich irgendwas bei 3 nehmen. Aber das, da kommen wir dann schon sehr viel in so Tontechnik-Bereich rein. Ich bin auch voll bei euch, dass man eher gucken muss, dass man ein gutes Mikrofon hat, so wie Nikolaus das auch hat. Irgendwie ein externes Mikrofon, in dem man es reinspricht. Am besten mit so einem Podcast-Mikrofon. Da gibt es ja auch so USB-Mikrofone, wo man dann nicht mal ein Audio-Interface braucht. Wenn man das von vornherein macht, dann braucht man gar nicht mehr mit Software arbeiten. Und das Ergebnis wird viel besser, als wenn man versucht, nachher digital irgendwas zu verbessern. Ja, genau. Da können wir vielleicht auch unter das Video so einen Link mal. Ich habe da immer Kollegen, auch von Rode spricht man das so aus, so ein USB-Mikro. Das nutzen viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Es gibt aber auch noch günstigere. Da sind die sehr happy mit. Schießt man einfach einen Rechner an, braucht, wie du schon sagst, kein Audio-Interface und wird direkt erkannt. Was vielleicht jetzt noch ganz gut wäre. So, was machst du jetzt damit? Also ganz kurz was zum Export. Das wäre für mich immer ganz hilfreich, weil da gibt es ja auch unendlich viele Einstellungen generell bei Video. Da kann man viel richtig machen, man kann aber auch wahnsinnig viel verkehrt machen. Wie exportierst du das? Ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt auf jeden Fall noch drauf ein. Also es gibt hier, muss man sagen, noch viele andere Funktionen natürlich. Die kann man sich, glaube ich, aber auch selber gut beibringen. Was vielleicht noch ganz spannend ist, was ich noch kurz erwähnen will. Viele Leute wollen ja immer so ein Intro kurz haben oder irgendwie immer das gleiche Intro, dass das so einen Wiedererkennungswert hat. Ich habe gar keine Intros bei meinen Videos, muss ich sagen. Also einfach so einen Titel. Und das kann man hier auch wunderbar machen. Also man erstellt das praktisch einmal und dann kann man das in die eigene Library abspeichern. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal genutzt habt, aber das hat mir zeitlang sehr geholfen. Und man kann dann sozusagen so einen kleinen Clip vorbereiten. Und theoretisch endet man einfach nur immer den Titel oder den Text. Und wenn man damit zufrieden ist, sagt man einmal, bitte speichern wir das in der Library und dann hat man das sozusagen hier in der Default Library und man kann das dann immer von hier reinziehen. Also man kann auch so fertige Clips, die man immer wieder oder so Jingles oder Zwischeneinspielungen, die man immer wieder nutzt, wenn man wirklich professionell werden möchte, dann kann man die hier auch in der Library abspeichern. Das ist vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Muss man nicht immer alles neu machen. Ja, was machen wir jetzt mit dem Video? Das ist die Frage, die natürlich jetzt noch beantwortet werden muss. Und es ist so, dass es mehrere Optionen gibt. Ich nutze erstmal immer dieses Menü Export hier oben. Das ist sozusagen die Stelle, wo wir jetzt hinschauen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man hier schon sieht. Es gibt unter anderem die Möglichkeit, das direkt auf YouTube zu publishen. Das kann man, habe ich auch eine Zeit lang genutzt. Da wird man sich einmal mit der YouTube, mit den Anmelddaten hier in Contagia anmelden. Und ich muss dann eigentlich nichts mehr machen. Ich kriege direkt einen Dialog, wo ich die Description eingebe, den Titel. Die ganzen Einstellungen, die ich sonst in YouTube machen würde, die kriege ich dann hier und drücke auf Konvertieren. Und ich kann dann schlafen gehen und am nächsten Morgen ist das Video bei YouTube. Das geht also auch aus Contagia direkt heraus. Wenn man das aber nicht bei YouTube machen möchte, und ich denke mal, die wenigsten machen das wirklich direkt bei YouTube. Ich würde es aber trotzdem empfehlen, weil es eine super Plattform ist. Aber man möchte oft erstmal eine lokale Datei. Und das ist dann eben hier Local File. Dann gehe ich immer über Local File. Und dann kommt so ein kleiner Dialog. Man kann jetzt hier in dem Dropdown verschiedene Optionen auswählen. Und ich gehe mal standardmäßig auf den MP4 im 1080. Hier die höchste Auflösung. Und das funktioniert für mich. Da muss ich nichts mehr einstellen. Ich kriege nachher ein MP4-Video ohne Schnickschnack und kann das dann weiter entweder direkt in YouTube hochladen. Das ist auch das Format, was in YouTube hochladbar ist, neben anderen. Ich glaube, das kann man aber auch wahrscheinlich in Opencast hochladen, wenn das dann möglich ist. Oder manche stellen das aktuell noch über Netcase bereit. Dann würde ich vielleicht überlegen, eine kleinere Version zu nehmen, weil man dann vielleicht ein bisschen auf den Speicherplatz gucken sollte. Aber ich sage mal so, das ist so der Standard, den ich immer nutze. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten. Camtasia bietet so einen eigenen Smart Player an. Den kann man nutzen, wenn man zum Beispiel interaktive Elemente in Camtasia eingebaut hat. Da gibt es so Interactivity, sieht man hier. Da kann ich so kleine Quizzes sogar einbauen oder fragen. Und dann kann ich da draufklicken und dann gelange ich irgendwo hin. Das funktioniert mit normalem Video nicht. Das kann ein normales MP4-Video nicht. Da brauche ich dann diesen MP4 mit Smart Player. Das geht aber auch. Dann bekomme ich nachher einfach eine Datei, die ich glaube ich einbetten kann oder ausführen kann. Ich weiß gar nicht, ich habe das einmal gemacht, schon lange her. Also ich nutze immer das hier. Ich weiß nicht, Carsten, was nimmst du denn? Ich nehme auch genau das, was du genommen hast. Also 1080p, also HD-Auflösung. Genau. Das funktioniert sowohl bei YouTube. YouTube selbst bietet dann ja nochmal die Möglichkeit, das in andere Qualitätsstufen zu kodieren. Das machen die sowieso und das kannst du auch für den OpenCast, wo wir jetzt Stand heute, achte, nehmen wir das ganze Video auf, wo wir das heute veröffentlicht haben, die Funktion, dass du selbst hochladen kannst. Wunderbar. Ja, dann ist es ja für alle eigentlich wahrscheinlich das sinnvollste Setting, MP4 und wie schon gesagt, die Qualität runter samplen, das geht dann ja immer. Nur hoch geht dann eben nicht mehr. Von daher, hier sehen wir auch nochmal die Abmessung. Das ist also Standard-HD, glaube ich, oder? Das ist Standard-HD, genau. Ich gehe mal auf Weiter. Viel mehr muss ich nämlich nicht machen. Ich muss dem Ganzen jetzt nochmal einen Namen geben. Ich nenne das mal Einführung Tableau. Erste Visualisierung. Es gibt einen Standard-Ordner, wo das gespeichert wird. Den kann man natürlich ändern. Man kann auch nochmal die produzierten Files in den Unterordner packen. Das mache ich nicht. Show, Production, Results, ja. Play, ja, soll er machen. Ich lasse einfach mal alles an. Und das geht jetzt wirklich sehr schnell, weil das nur ein ganz kurzes Video ist. Man sieht jetzt hier Rendering. Und während wir sprechen, glaube ich, wird das noch über die Bühne gehen. Ja, das wird sich gleich noch ein bisschen beschleunigen, glaube ich. Genau, wir können uns gleich das Ergebnis dann angucken. Jetzt, während ich rendere, kann ich an dem Video gar nichts machen, weil er jetzt beschäftigt ist. Und das ist auch tatsächlich so, dass ich jetzt nicht empfehlen würde, wenn man an dem Laptop wirklich weiterarbeiten möchte, ist man jetzt, ist ein bisschen das Problem, wenn ich es auf meinem eigenen Laptop mache und ich plane, ich mache morgens so ein Video und ich habe ein langes Video oder mehrere und muss sie rendern. Hier geht es jetzt bei diesen drei Minuten innerhalb von wenigen Minuten. Aber ich habe auch schon mal Videos von der Vorlesungsaufzeichnung, die dann eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde liefen. Dann dauert es halt auch mal ein paar Minuten länger. In der Zeit ist Arbeiten an dem Laptop aus meiner Sicht nicht mehr möglich. Und deswegen... Man merkt das schon hier, also dein Ton wird auch schlechter. Er wird verrauscht. Jetzt kommen Artefakte rein. Wir können uns jetzt mal ein bisschen darüber unterhalten, warum das so lange dauert. Aber das machen wir vielleicht in einer separaten Folge, weil das halt irgendwie echt aufwendig ist. Videokompression. Da wird Bewegungsschätzung gemacht und das kostet richtig Rechenzeit. Ich würde es vorschlagen, vielleicht, ich weiß nicht, kommen wir uns jetzt, scheinen wir vielleicht hinterher raus, weil das dauert jetzt echt und dein Ton kommt wirklich gestört rüber. Ja, wir sind zurück. Wir haben kurz unterbrochen, damit man hier nicht zuschauen muss, wie das Rändern anstatten geht. Wir sind jetzt bei 98%. Das hat so 10 Minuten gedauert, denke ich. Doch länger als gedacht. Das lag aber ein bisschen auch daran, dass mein Rechner stark unter Last steht durch das Zoom-Meeting und die Aufzeichnung desgleichen. Normalerweise geht das bei so einem kurzen Video ein bisschen schneller, aber das hängt natürlich auch von der Rechenleistung ab. Genau, und er startet jetzt dadurch, dass ich ihm eben gesagt habe, er soll das direkt abspielen. Hier den Videoplayer, mein VLC-Media-Player und da sehen wir jetzt direkt das Video. Wir sehen uns auch im Stream, weil wir Zoom-Konferenz an hatten, aber das Tool, das wäre natürlich dann, wenn man das anhand einem ohne Zoom-Konferenz live macht, dann natürlich nicht dort. Ja, und das war es eigentlich schon und das kann man sich jetzt nochmal anschauen und gucken, ob man zufrieden ist und dann entsprechend dort eben platzieren oder veröffentlichen, wo man das möchte. Wie gesagt, das hatten wir eben schon erwähnt, es gibt ja die Opencast-Option seit heute, Carsten sagt das ja gerade, dass man es dort hochschulintern macht, gibt YouTube als Möglichkeit. Man kann das natürlich auch auf anderen Wegen, also man kann das zum Beispiel auch in ein Format bringen, was man ganz gut über weniger Bandbreite auch vermitteln kann. Also es gibt extra, glaube ich, ein Format für das Versenden von E-Mail. Das ist eine ganz schlechte Qualität, aber wenn es wirklich nur darum geht, irgendwie die Message rüberzubringen, kann man das machen. Also für Lehrvideos würde ich aber immer eine Streaming-Plattform empfehlen. Nicht die Dateibereitstellung und das Downloaden, sondern eher das Streamen, weil das dann einfach, glaube ich, auch aus jeder Bandbreite mit jeder Internetverbindung geht und der sammelt dann, glaube ich, denke ich mal in Opencast auch automatisch, oder? Wenn er merkt, dass die Internetverbindung nicht so schnell ist, geht er dann auch noch eine niedrige Qualität, oder? Nee, ich glaube, das muss man manuell einstellen. Aber es gibt die Möglichkeit, auf jeden Fall das zu tun. Ich meine schon, ja. Ja, wie ich mich jetzt gar nicht sehe, aber ich meine schon. Muss man sich halt überlegen, möchte ich das sozusagen als eine Datei den Studierenden bereitstellen oder möchte ich es als Streamen? Na klar, man kann auch so ein Stream-Content natürlich auch irgendwie sichern. Das ist halt immer eine Frage. Was mache ich mir für Gedanken, was meine Studierenden dann mit meinem Content machen? Ja. Und ich bin ja immer ein Freund davon, das öffentlich bereitzustellen, aber das muss halt jeder auch für sich entscheiden. Ich denke, es ist schon wichtig, dass man es irgendwie vielleicht auf einer Plattform bereitstellt, wo man auch mobil darauf zugreifen kann, weil ich schon glaube, Studierende gucken sowas dann auch vielfach über ihre mobilen Endgeräte. Ja. Und aber was man natürlich auch sagen muss, das hatte ich neulich auch irgendwo gelesen, ja, Video ist das neue PDF, ne? Es wird jetzt, glaube ich, schon echt viel Video produziert und das finde ich auch irgendwie gut, aber man muss sich natürlich jetzt auch Gedanken machen, wie setze ich das denn jetzt einfach dann auch sinnvollerweise in meiner Lehre ein? Definitiv, ja. Und dass man es macht, die Entscheidung sollte man mal treffen, weil ich denke, so mit so einem Tool wie Camtasia hat wirklich jeder die Möglichkeit, das auch technisch umzusetzen. Man kann jetzt mal gucken, wir sind jetzt hier fertig, das ist dann nochmal der Bildschirm, den man kriegt, nochmal so einen Überblick und dann kriegt man hier auch den Link zu dem Ordner, wo es denn liegt. Also, dass man da nicht lange suchen muss und da hat man jetzt hier einfach mal zu gucken, die ist jetzt 15 MB groß, MP4 komprimiert, ist jetzt sehr klein. Kann man hier einmal die... Eigenschaften... Ich wollte eigentlich die Ansicht ändern. Kann man die Eigenschaften, ja. Aber da sieht man es nochmal, ne? Also, komprimiert echt klein. Ja, und da findet man die Datei, mit der kann man jetzt natürlich dann machen, was man möchte. Genau, die Camtasia-Projekte nebenbei, das hatten wir jetzt noch gar nicht angesprochen, ich habe hier nie gespeichert, aber die kann man und sollte man natürlich, wenn man die nochmal später vielleicht weiter bearbeiten möchte, auch speichern. dann speichert er praktisch so ein Projektfile plus die Recordings, die können irgendwo auf der Platte liegen, ich packe immer alles in einen Ordner, zippt das dann, wenn ich das archivieren möchte, aber in den meisten Fällen mache ich das gar nicht, weil wenn ich einmal meinen MP4 habe, dann reicht mir das, ich fasse das dann eigentlich auch nie wieder an. Aber die Möglichkeit gäbe es dann eben hier das zu speichern, sodass man das dann auch, wenn man dann weiter daran arbeiten möchte, dann einfach wieder öffnen kann. Das ist natürlich vielleicht auch nochmal wichtig zu erwähnen. Ja, prima. Dankeschön. Ja, gutes Tool. Vor allen Dingen, dass beide Videospuren aufgezeichnet werden, finde ich ganz cool. Nur, dass deine Kamera mit aufgezeichnet wird, dass man die Note mit reinbringt, da hat man ja so ein bisschen auch dieses Loom-Feeling, das kann man mit Sicherheit auch kreisrund ausschneiden, wenn man das wollte, dass man irgendwie wenn man das gerne möchte, dass das nicht so eckig ist. Das finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Man kann auch einfach Bilder, wenn man Fotos oder Abbildungen hat, die kann man einfach mit in die Media Library ziehen und dann in die Timeline, dann kann man die so lang ziehen, wie man möchte. Dann kann man sagen, ich will dieses Bild jetzt für die nächste Minute einfach im Video sehen und dann das Bild besprechen. Das geht auch. Das ist relativ eine Grundregel. Das ist eigentlich in jedem Videoschnittprogramm so. Je größer die Spurnummer, umso mehr ist der Content im Vordergrund. Das heißt, ich ziehe das dann nicht in die eine Videospur, die du da eben hattest, sondern ziehe es halt sozusagen in eine höher liegende Videospur und dann ist das sozusagen der Vordergrund, der Bildvordergrund. Die überlagern sich sozusagen, genau. Genau. Man kann dann aber auch einzelne Spuren mit so einem kleinen Symbol einfach ausblenden. Das ist also auch super einfach möglich. Also man kann da wirklich sehr viel machen, man kann da sehr tief einsteigen. Aber es ist eben auch möglich relativ einfach ohne großen Aufwand. Und ich glaube, das ist schon wichtig jetzt so für Lehrende, es muss einfach irgendwie schnell funktionieren. Es ist nicht, sagen wir mal, das hast du auch eben angedeutet, mit diesen ganzen Effekten, die kann man nutzen, die ermüden natürlich auch irgendwie schnell. Das sieht man ja auch im Kino. Blenden sieht man ja häufig. Es gab mal Star Wars, die haben alles ausprobiert, was es an Blenden zu der damaligen Zeit gab. Aber ansonsten ist der Einsatz ja schon relativ reduziert. Und ich denke, das sollte man auch hier in der Lehre irgendwie so handhaben. Glaube ich, ist zumindest meine Meinung. Wichtig ist, was ich eben schon sagte, ein guter Ton, dass man da guckt, dass ich dann ein vernünftiges Mikro habe. Und dann ist das einfach schnell gemacht und das soll uns ja auch die Arbeit erleichtern. Und dafür ist es, glaube ich, echt ein gutes Hut. Ja, das ist ja auch so. Ich bin auch weg von, also am Anfang habe ich mir auch überlegt, Intro, ein bisschen Musik am Anfang, da bin ich alles von weg. Das ist, also A, glaube ich nicht, dass es wirklich jemanden interessiert und B, ist es einfach aufwendig und mir geht es dann eher darum, dass ich die Inhalte auf die Straße bringe. Spätestens, wenn dann die Schlierenden die 47. Folge hören und das 47. identische Intro hören und die identische Eingangsmusik. unterschätzt mal nicht die Wirkung von Intros, da muss ich ja mal direkt mal eingreifen. Das ist ein Riesenmarkt, so ein Jingle, aber für die Lehre natürlich nicht, aber... Kennst du dich da aus, dann können wir vielleicht mal sich zusammentun. Also ich hätte nichts dagegen, wenn man ein gutes Intro hätte, aber ich habe auch keine Lust. Ja, Hochschulwerte Idee, dass man nicht, wenn man das über Camtasia, so eine Vorlage zur Verfügung stellen kann, die fünf Sekunden ist oder acht irgendwie ganz, ganz kurz mit einem knackigen Intro, sodass man ein Corporate Sound Design hat mit das alle nutzen können, dann ist es, fände ich das natürlich schon cool, wenn man das hätte. Aber das hat die Hochschule noch nicht so richtig erkannt, dass man jetzt sozusagen, dass man zusammenträgt, dann vielleicht auch unter einer Marke irgendwie, zumindest die Dinge, die, sag ich mal, jetzt frei bereitgestellt werden. Du nutzt, Niklas, du nutzt YouTube, ich nutze YouTube, ich weiß nicht, wer sonst noch nutzt, das könnte man ja auch noch mal irgendwie als Hochschule nutzen, ist doch ich bislang noch nicht passiert, also mich hat noch keiner angesprochen. Und dann würde das auch mal sich Sinn machen, dass man da so ein Erkennungs, Wiedererkennungselement hat. Ja, definitiv, das würde Sinn ergeben. Zum Beispiel, also vielleicht ist noch interessant, wo du die Farbe her hast, du hast ja relativ schnell irgendwie so einen Hexadezimal-Code eingefügt von der Hochschulfarbe, wenn das jemand, wo hast du die her, falls dir jemand sucht? Die habe ich im Kopf mittlerweile, aber die ursprünglich aus der PowerPoint-Vorlage. Also da sind die Hochschulfarben als Palette gespeichert oder da kann man die dann rausziehen. Ich glaube, es gibt auch so ein Design-Handbuch, erinnere ich mich, in Oskar, wo die Farben und auch die Schriftarten beschrieben sind. Also falls jemand wirklich Hochschul-Layout offiziell haben will, findet man in Oskar auch so ein CI-Handbuch. Können wir ja vielleicht dann unten im Kommentar des Videos kurz verlinken. Ja, da verlinken wir dann dahin und auch zu, weiß nicht, Mikrofontipp, hatten wir ja gesagt, ein USB-Mikrofon vielleicht, was wir gerade angesprochen hatten. Können wir auch verlinken und ansonsten vielleicht auch nochmal die Adresse des ELCC, aber nicht, dass ihr dann auch von YouTube lauter Spam-Mails kriegt, wo man die Camtasia-Lizenz dann bekommt. Aber ich denke, die findet auch jeder an der Hochschule sonst, ohne dass es verlinkt ist. Ja, ich denke, für heute ist erstmal soweit, sind wir soweit durch, ne, mit Camtasia. Wie immer, wenn es Fragen gibt, einfach einen von uns kontaktieren. Da gibt es natürlich gerne Unterstützung und wir werden wahrscheinlich auch noch ein weiteres Video machen, hatten wir gerade schon besprochen und da wird es dann auf jeden Fall auch einmal um das Thema Audio nochmal separat gehen, hatten wir gesagt. Genau. Alles klar. Herzlichen Dank. Jetzt einfach mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.